hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge battlefield 5 ich freue mich dass ihr wieder dabei seid und ja wir befinden uns kurz vor ende der tides of war woche und zwar 15.000 zielpunkte erreichen das ist einfach relativ machbar ein bisschen ziele erreichen oder einnehmen oder verteidigen einfach mal ein bisschen action machen das könnte sich ein bisschen ziehen und es könnte ein bisschen dauern dann gehört der feuer bei mir okay damit sollten wir dann auch ein kegner kegner ja ein kegner kill los geht's einfach action machen 1100 punkte haben wir schon eine letzte folge macht relativ am ende ich glaube das geht sehr schnell da macht ja so 600 punkte bei eroberung eigentlich geht das wirklich rubbel die katz so schon kaffee und geil wir sind in rotterdam meine lieben so als leckts wieder ganz komisch was wirklich zählt so heißt die aufgabe ja es leckts wieder bei mir ganz komisch aber es wird sich gleich besser keine ahnung wir werden eine ganz normale runde spielen auch wenn zu komisch startet immer das war euch auch so jetzt ich weiß es nicht babab ab 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 oh ja da sind wir schon startet in ist mir egal wie klasse ich bin wir müssen einfach nur ziele erobern ist natürlich der sport modus ne dem ziehe ich auch diesmal eiskalt durch die lippen hier gibt der munition auch die falsch bin ja kein motionsgeber mit ein spreng pengmann so erobern wir c stefanys ach guck mal die stefanie ist heute das wort leder was war ich denn hier konnte nur hohes wort schreiben für stefanie tue ich alles und für chris stefan heil dich ok ob das dazu geführt hat dass mehr frauen battlefield spielen mag seine sätze bezweifeln den habe ich ja fast erwischt den halunki stefanie da ist es wiederbelebt durch trupp verharrt stefanie nicht du ist eine andere stefanie muss ja auch einer dankeschön stefanie oh die liegen da alle ne kann das sein auch jetzt sterben wir mal oh wir haben gar kein einziges ziel mehr wir müssen Punkte machen wo soll ich denn spawnen hier am arsch der welt wird hier ordentlich hingeballert ne was war das ist mir ärger machen müssen sie sich ein zieler kassieren ich glaube ich glaube dass wir keine das ist ja auch ein ganzes squad guck mal deck c deck c deck c ich habe doch gar keine schnitte hier ich spiele richtig gut zusammen ok ich glaube ich werde elend verrecken hier und ganz elend wir haben uns jetzt voll unter kontrolle ich spiele 1000 punkte in irgendeinem multiplayer mode ok jawohl ich stehe ich stehe ganz gedeckt jetzt oben auf alle auf dem berg das blaue punkt ich glaube wir müssen bis zur nächsten runde warten ganz grob dass das sich da vielleicht noch so ein bisschen entzerrt das muss sich nämlich noch so ein bisserl entzerrt das ist ein ziel der große ziel keine sichtung doch ich glaube die wollen grob verhindern dass sie da reinkommen so ganz grob die 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 Alter, gegen so einen Riesen-Squad hat man doch gar keine Chance, dass das überhaupt erlaubt ist. Ja, wahrhaftig. Wir müssen dir total dämlich daherlatschen. Die Verstärkung ist unser Weg! 20 fucking Tickets im Moment. Ah, war doch nix. Oh Gott. Ja, will ich ja, will ich ja. Oh Gott, hier ist überall nichts. Nein, ich dachte, hier könnte man rumlaufen. Verdammt. Fahnenflucht. Ich wollte es hier doch nur austricksen. Aber sie machen mich fertig. Ach, wir nehmen B ein. Ist das herrlich. Dann haben wir noch sieben, noch sechs Tickets? Nein, in den B nicht ein. Das ist irgendjemand dadurch geschummelt. Zielberta ist jetzt in unserer Hand. Das war explodiert. Aber was willst du da machen? Was? Die grillen, wie die Lust haben. Wir haben die Kontrolle über Zielberta. Okay, das war eine ganz schreckliche Runde gegen den Clan. Absolut unmachbar, ey. Und das macht den Clan jetzt Spaß, gegen Wildfremde einfach mal immer alle Runden in zwei Minuten fertig zu machen? Ich glaube, Ladung. Fährst du weg? Wohin? Zu deinem Mord? Okay. Das war sehr, 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 sehr unerfolgreich. Aber das ist eine gute Entschuldigung. Denn wir haben... Wir haben wirklich gar keine Chance gehabt. Ich hoffe, das erinnert sich jetzt. Und ich bin bei denen im Squad. Auf Hamada. Aber zwar übrigens weggesniped. Ich weiß noch mal nicht, wie ich mich gesniped habe. War das die von dem Squad? Oder Clan besser gesagt? Es ist einer von denen auf unserer Seite. Noch einer. Jetzt mischt es sich ein bisschen. Da sehen wir mal das Matchmaking live. Wie das so abgeht. Wo sind wir jetzt gewesen? Hamada, ne? Ich werde ein bisschen mit dem Schnipper schnippen. Und versuchen, irgendwelche Zielpunkte zu erreichen. Und dann haben wir wieder die großen Eroberungen vor uns. Die ist Stefanie, ne? Da ist sie. Stefanie F1508. Irgendwie werden wir immer verfolgt von Stefanies. Zu Hause im WeLife. Bei Scum. Bei Desi. Hier. Aber es sind noch viel mehr Stefanies. Panzer, 36 Tonnen. Da sind wir mal mit meinem neuen Skin. Tschüss, viel Spaß. Grüß deine Mama. Ich mag lieber die Imperative, aber die ist halt anfangs übersichtlicher. Erstklassige Arbeit. Zielsäfer gehört uns. Ich grüße, ah. Okay, das wird sowieso in tausend Stücke gesprengt. In den nächsten paar Sekunden. Er hat es auch so gedacht. So, prallen beide alle ab. Wir sind so viel eingenommen, um diesen Kampf zu kontrollieren. Aber wir fangen einfach alles ab. Oh. Und dann dreidrücken wir ihn auf F3 gekommen. Scheiße. Haben wir ein bisschen Schaden verursacht? Das heißt, nicht so aus. Anti-Panzer-Troops, Anti-Panzer-Troops. Anti-Panzer-Troops, der ist Anti-Panzer-Troop. Okay. Es gibt nichts hervorragenderes, als ein Panzer zum Sprengen zu bringen. Schlechte Scherze immer, dass sie genau wissen, wo du bist, ey. Gute Arbeit. Ziel Anton eingenommen. Komm, Germany, Squad hier. Wir müssen doch irgendwas reißen. Wahrscheinlich sind wir kein Squad. Sind doch von uns zwei Mitspielern. Aber der Gegner machte da schon einen schlechteren Eindruck. Als könnte ich ganz zufälligerweise in der Familie sein. Ich werfe eine Bombe. Wow. Stephanie. Zum Glück hast du mich. Lass dich nicht liegen, Steffi. Ich bin gezasen. Ja. Ich und Steffi. Weg sind wir. So schnell kann es gehen. Es ist ja auch Sonntag. Nicht mal ein bisschen an uns rumreiben dürfen wir uns. Wollte nur deine Hand nehmen. Und dir sagen, dass ich dich liebe. Nimm diese Ziele sofort ein. Ja, du bist vor mir umgeglitten. Das war dein Fehler. Gleich ganz anders, ne? Wenn das Squad ein bisschen auseinandergerissen wurde. Das ist ja schade, dass es so ein Squad ist. Aber für mich ist es gut, dass wir von denen, wir hier im Team haben. Und die kämpfen dann gegeneinander und... Oh Gott, dann. Das ist ja immer so besonders schlimm, wenn so ein Squad gegeneinander kämpft und sich dann gegenseitig töten kann. Was war? Ziel Cäsar gehört uns. Oh, oh, da ist er noch. Schnipper. Pass auf, Sniper. Soldaten, wir haben Ziel Anton verloren. Scheiße! Das hatten wir ja letztes Mal hier auch. So richtig blöde, blöde Position. Blöde, gute Position. Guck mal in die Nase auf, wo ist das sein? Da unten war ich ja auch mal reingerutscht. Hier. Ist auch so blutiful da. Scheiße, geschossen. Ich musste ja mal wieder eine Brandbombe werfen. Das war mir wieder viel wichtiger. Ich habe Angst. Ah, fuck. Ich habe noch ein Medikab genommen. Ich weiß, die ganze Zeit ein Sniper da oben. Wir verlieren Ziel Cäsar, Soldaten. Okay. Aber das ist schon eine bessere Runde als gerade. Wettet ihr? Ne. Aufpassen. Ziel Cäsar ist verloren. Wovon da kommen wir ja eigentlich? Ja, sehr. Lassen verarbeitet. Ziel Bertha eingenommen. Befehle, Stefanie. Feldwebel. Ihre Befehle. Wir sind doch beides Frauen. Wow. Aufpassen. Wir haben Ziel Anton verloren. Oh, das ist Charlie. Ja, will er Anton und wird offen nach Charlie. Aber was soll ich machen? Braucht die Punkte, ja? Ich brauche die Points. Da kann ich ja einen sprengen gleich. Aber ich werde eh voll sterben, bevor ich die Möglichkeit habe, sowas umzusetzen. Voll erwischt. Voll erwischt. Da unten. Unfair wieder, Alter. Ich wäre wieder sowas von 12, 13 mal gestorben. Wir halten alle Positionen. Bald haben wir gewonnen. Nee. Panzer. Aufpassen. Wir haben die Kontrolle über Ziel Bertha verloren. Das hat nicht viel gebracht. Die hatte ich gerade ganz schön gut im Schach gehabt, eigentlich. Beim Wegrennen hat er dann seine Schachs genutzt und mich vernichtet. Wo ist er? Ich würde sagen, der ist gesprengt worden. Jawohl. Ich darf an ihm, dass wir Bär nehmen. Für Stefanie. Ah, nee. Da kommt er nicht raus. Also, die könnten viel mehr Punkte machen, dass das Wied länger dauert. Das ist doch fast so einfach. Wir haben Zielvater erobert. Natürlich tue ich nicht richtig. Hinterfällt. Da denkst du doch gar nicht an. Ach, danke. Der Fühndr-Ritt. Sehr edel. Ja, das ist schön, ne? Geh mal vor. Nur Schritte. Granate geworfen. Das hat mich ganz böse getroffen. Ich sneak nach A, was gerade eingenommen wird. Ah, I'm coming. Was ist denn das A? Ich muss noch eine Seite. Da habe ich aber Lack gehabt. Das war eine Schnipper-Schnipp. Ich hatte mit meinem Leben schon abgeschlossen gehabt, als ich den Treffer verspürt habe. Jawohl, Stefanie. Ich liebe dich. Ich weiß, dass ich nicht ihr Freund. Du kriegst R-S-S-A. Ich weiß, dass mir keiner rüber zitieren kann. Heißgeworfen. Das ist ja ein bisschen grün, kann mir nichts passieren. Scheiße, tut das weh. Mist, den haben wir auf Einzelfeuer geschleppt. Boah, guck mal, wie wenig AP er nur noch hatte. Rechte, mein Tod, Stefanie. Hey, das ist der Freund. Bin bei euch. Wunderschöne Rolle. Jetzt soll ich mal Seitenfilme machen. Weißt du, ich komme nicht zum Seitenfilme machen. Ohohohohoho. Sprengleidungen sind schaff. Hinter mir fehlt. Wir haben jetzt die Kontrolle über die Landung. Kann ich aufheben. Ich dachte, da kommen wir nicht jagen. Vielleicht haben wir sie. Weiter so. Tut mir leid. Wir haben Zielberta verloren, Soldaten. Kannst du einfach mal so leise. Sprengladungen bereit. Tschüss. Ich bin so glücklich. Das macht mich total happy. Mann. Da ist das Wrack. Die Runde muss siegreich werden. Wie viele Punkte habe ich denn schon zusammen? Das war unser, ne? Das ist böse. Ich bin hier so. Bischof, wieder auf 1,5 Feuer. Wie schaffe ich denn immer auf F-A zu drücken? Mann, ey. Das wäre sowas für tot gewesen. Sieht das eigentlich siegreich für uns aus? Boah. Das sandte aber ab, ey. Zu dem Helden möchte ich. Also Stefanie. Stefanie geht voll ab. Mann, ich war schon wieder im... Ich muss doch Staffel und Stefan nie wieder zu überleben. Wir haben einen Stefanie-Fetisch. Ich glaube, ich muss wirklich immer wieder nach jedem Neustart... Wollen wir schneller verteidigen? Das sind meine Dauerfeuer. Dann will ich. An alle Einheiten. Zielwerter ist nur uns verloren. Wir haben bald alle Ziele. Hängt um euer Lebensort an, hier! Wir haben immer die Längere, ey. Ich schalze. Trotzdem hat die Hunde Spaß. Wir haben viel Fäser, Herr Obersoldaten. Bei der ersten habe ich mich ein wenig erschrocken. Aber die holen jetzt wieder auf. Wer hat eine Granate? Boah, weit, Alter. Oh, was runtergekurzert. Nein! Oh Mann, Seitenfields. Da hängt die ganze Zeit einer oben rum. Stefanie! Ich komme zu dir. Die letzten Atemzüge genießen. Ich muss von der Wand weg, Stefanie. Ich will nicht, dass ich bei ihr bin. Sie will es nicht. Sie liebt mich nicht. Die ist Ende. Die ganze Runde sitzt da oben. Eine ganze Runde. Das ist doch so doof. Ihr nehmt doch keine Ziele damit ein. Okay, damit haben wir es aber geschafft, ihr Runde. Das ist sicher. Ich weiß. Und sogar siegreich. Siegreich. Und ich habe die Hälfte geschafft. Ist der Christ der Truffführer? Nein, wir sind alleine. Wo ist Stefanie? Ist das so schön mit dir? Wir sind überhaupt viel. Vor allem ein super Schneetarn. Spucke eines Soldans? Nein, Spirit of Soldiers. Nicht spit. Okay. Killermaschine. On the way. Oh, ich bin ein Footleader. Voller Schnee, mein Freund. Es ist voll kalt hier. Nimm dies. Hier, Munition für dich. Danke vielmals. Munition, hier. Buckerlau aufgeschossen. Wir sind die Ziele erobern und halten. Und zwar so viele wie möglich. Komm, Gott. Erobern das Ziel dort. Guck gleich mit ekligem Schnee an hier, ey. Stürmerkampf auf die. Soldat, ich lade nach. Die werden ja sofort alle weg immer von ihren Hauptziel. Ich würde sagen, dass die uns hier entgegenkommen. Soll ich vielleicht eine andere Waffe nehmen? Mir ist kalt. Es wirkt sogar kalt, ey. Noch zur Flagge. Wir haben jetzt genügend Ziele gesichert, um den Kampf zu kontrollieren. Wollte ich gar nicht. Drei weniger. Hoho. Sie sind aber auch schön vor mir dahergelaufen jetzt, ne? War richtig beautiful. Dieser Schrotfeld ist ein Assis, ne? War ein bisschen als Sniper. Schrotfeld, der kann sich auch mal verkloppen ordentlich. Artillerie. Wohin kann ja gar keiner sein, ne? Auf dem Dorf. Ich vermisse Stefanie. Wo ist sie? Boah, 47er Damage auf der Distanz. Aber ein Sniper? Das ist ja echt überraschend, was für Leute, die sich da so töten, ne? So ein Sniper an der Stelle. Ding, 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 ding. Den hast du, den hast du. Ja. Den hast du erwischt. Gib Deckung. Rücken. Munitionsoldat. Gib Deckung. Gib Deckung. Gib Deckung. Da ist ja schon gerade. Die Schweine. Elende. Die Flaggen, die hier so rumwedeln, die hörens irgendwie an wie Spielergeschritte. Spielergeschritte. Boah. Wir sind immer dort der Clan gegeneinander, aber einer von denen ist noch von unserer Seite. Da wundere ich mich gerade, dass wir so abklassieren. Jetzt ist der Dorf ja schon zerbombt worden, wenn es Eroberungsmodus wäre. Aber deswegen werden wir wieder die nächsten Folgen erleben. Alle Einheiten, Zielwerter ist für uns verloren. Ja, Himmel, Herrgott. Was machen die denn mit? Dürfen wir doch keinen Schusszell mehr haben. Ziel Cäsar gehört jetzt uns. Tot. Erobert das Ziel, doch Soldaten. Ein, ein, ein Hin und ein Her, ne? Soldaten, wir haben Ziel Anton verloren. Oh nein, das war gerade so schön mit dem Schneesturm, ehrlich gesagt. Munition für dich. So freundlich. Ja, er hat sie bedankt. Er ist jetzt nach A gerannt, größtenteils, denke ich. Wir haben das ziemlich fix eingenommen. Aber hier ist eine richtige Kacke, Mann. Ich versuch mit einer Granate. Feuer frei. Los. Für dich Munition. Die Schuld. Dir was? Ich bin angefrankt. Ist ja auch gar keiner. Wo pimmelt der rum? Er wischt die auch noch richtig gut. Aber ich hasse solche Camper, ne? Ey, das ist so... Hab absolut Müll mit dem Gameplay zu tun. Deswegen erobern wir auch ständig in ihre Scheißdinger. Weil die, weil die da rumcampen. Die erobern ja die anderen Ziele nie. Bei Messern erschossen worden. Ah, wie Antonov. Oh ja. Der erste Dreck füllt das Wasser noch. 13.000 Punkte. Ich weiß nicht, ob das von Dana da geht oder von Dana da geht. Sind sie immer noch da oben drauf? Na gut, ich lasse sie beschützen sie ja. Hier, ich hab Munition. Sehr schön. Ich seh sie da nicht mehr. Ich hab noch abgedrückt, aber das zählt dann nicht. Sein... reicht völlig aus. Sein kleiner Pup reicht einfach aus, um mich zu vernichten. Wir waren doch erst nicht so schwer einzunehmen, oder? Ich hab Munition fertig. So. Ich bin für dich da. Ich war doch für dich da. Der ist einfach unsichtbar geworden. Ich war doch für dich da. Ich wollte dich retten. Ich bin für dich da. Ich bin für dich da. Los! Wir haben Zielberater und Kontrollen. 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 Abgehakt. Bringt nix. Das ist Russkall lieber rein. Före! Können wir lieber hin? Die Hälfte ist geschafft. Und wir haben die Oberhand. Fein! Hey! Ganz häufig. Das wird nicht. Wir sind hier. Ich kann es sehen. Luftunterstützung benötigt. Artilleriebeschuss auf diese Position. Bereit doch den Weg durch. Direkt auf Ziele macht ja einfach keinen Sinn. Warte, hab ich den da jetzt. Das ist das Leute. Wer? Oh, ich sah auch einer. Scheiße. Das ist doch Mist. Gegnerisch. Wo soll ich denn in Deckung gehen? Man kann nicht in Deckung gehen. Das ist A-Tegorie, Mann. Auf Berg. Verharrt. Verharrt. Erster gegen Airstrike hier. Alles voller Blut. Ich werfe von meinem. Random. Das hat sich so angefühlt, als ob ich das war. Aber. Ich war es nicht. Oh, was? Da ist doch gar keiner am Ziel bereit. Bist du ein Sanitäter? Waaah! Da rollt'n da rum. Na, hey. Na toll. Du hättest was Gutes tun können. Blut. Helft mir verdammt nochmal. Oh ne, oh ne. Das wird nix. Wir haben alle Ziele unter Kontrolle. Seh wir den! Aber alle Ziele sind in unserer Hand. Gebt sie nicht darauf. Gebt sie nicht drauf. Gebt sie nicht drauf. Gebt sie nicht drauf. Er hat so viele. Boah, Alter. Was war das denn schon wieder? Dieser Levis-Gun, ne? Das ist so übertrieben einfach. Aber ich hab schon Baum genietet, ey. Squad, lebt da? Das ist grün, ne? Aber wie so viel Geschmack aufs Jell gab, ey. Klappt richtig gut. So, eigene. Kann ja nix Gutes tun. Toll meines. Das war aber ein geiler Sieg, ey. Und das war fast das ganze Gegend. Squad war aus dem Clan. Da muss der Clan doch ein bisschen üben. Ich kann euch ein paar Stunden Training anbieten. Nein, Quatsch. Aber besser waren sie auf jeden Fall. Volle Punkte her waren sie besser. Deckzieh. Auf jeden Fall kriegen wir bald Stufe 32 und das Maximale ist 40. Spezialauftrag sogar. Mit der Schrote-Pflinte. So, schaut. Es ist noch ein Viertel. Wir haben es ein Viertel in einer Runde geschafft. Relativ machbar, oder? Okay. 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 Mein Näslein. Mit Mega Squad Leader kann hier nix schief gehen. Und sind wir gelangen in Al-Sudan? Oh Gott. Kann ich nur auf die Schrote-Pflinte wechseln. Das bringt mir nix sonst. Nee, schon wasserdicht. Schon maximal spezialisiert. Ah, Präzision, ne? Interne Schauk. Ach, das ist ja auch gut, ne? Obwohl das bei mir irgendwie gar keine Auswirkung hat. Bam, bam. So, das müsste die vorletzte oder letzte Runde werden heute. Lange nicht gesehen, hm? Oh, voll lange nicht. Haltet euch fest. Ich werfe euch Munition. Mehr Munition. Tausend Dank. Hört auf zu mir. Ich wollte nur Punkte machen. Worauf denn zuerst? B? Ah, werden die attackieren. Ah, das ist ein Kacken-Map, ey. Da hab ich gestern richtig, richtig verschissen. Frisblei. Frisblei. Achso, wir sind bei C. Durchhalten. Verteidigt das Ziel. Ziel C ist angehört uns. Das war unser erster Feindabschuss. Er ist jetzt alleine? Das wird so unrealistisch. Ich bin nicht alleine. Ja, ihr dürft mich auch loben. Heute ist Tim-Loben erlaubt. Um den Kampf zu Kottkuchen. Das war's einfach. Gut gemacht. Erobern wir das Ziel. Läuft einer? Mann! For the Heimert! Ich bin jetzt hier rausgegangen. Ich hab' Schnuppi. Timmy hat Schnuppi. Ich bin bei der Fahne und ich erober einfach nicht. Farad-Test in der Luft! Ach, weil sie schon erobert haben. Aber hier hab ich gleich den Doppelkill... Doppel... Doppelkill gemacht. Ich weiß, dass sie von da kommen. Das ist das Problem. Und die laufen genau da lang. Ich bin so dumm. Stefanie, aber sie ist ja gar nicht mehr da. Die gute alte Stefanie. Ich vermisse sie. Wir hatten die vier Zeit zusammen. Aber es war... Es hat sich nach was Besonderem angefühlt. Warte, das war ein Handy. Penkele nicht auf den Elektrozaun. Das war ein Brenn im Nebel. Wird ne schnelle Runde. Du machst ja keine doofen Punkte. Das ist ja blöde. Das wäre sie schneller. Was ist dieser? A. C. Schlaue Bande. Oh, ich bin in dem Fall schon mal los. Ich glaub, ich bin auch so ein Fenster jetzt. Können Ihnen keine Pause? Wir gewinnen können! Super, Soldat kommt nicht durch dieses unglaublich hohe Fenster. Wo ist denn ein Zippel hier blöd? Klar. Ziel wird angegriffen! Stellung rein! Dann machen wir ja die guten Punkte hier. Ne? Dann kann ich Waffel switchen. Was er leer ist. Ha ha ha. Hier. Das sind Downs. Und wirkinen. Das sind alle Sudan super cool. He 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 he. Ich hab nur einmal geballert. Hier, Munition. Das wär mein Kumpi, ey. Doch, das wär mein Kumpi. Aber ich glaub, da müssen wir noch ne Runde ranhängen. Da will ich nicht für eine Folge noch. Die wollen wir ans Leder! Brauchen Verstärkung! Leder? Aufpassen! Wir verlieren Ziel Cäsar! Konzentriert euch! Ziel Cäsar ist verloren! Das ist doch ein Handy. Er baut. Ist da auch einer? Ein bisschen Deckung. Aufstehen mit der Bull-Soldat! Ich sterbe! Bitte, helf mir! Kann doch so ne zarte Lady da nicht liegen lassen, Leute. Wo hier? Ist das immer noch am Fenster? Ah, ich dachte das wäre alles von der Seite. Naja, ach, die haben schon wieder Ziele wieder, ne? Sauere Geschichte. Können wir wieder zurückerobern? Versuchen jedenfalls. Da drüben! Das ist gefährlich! Für euch! Für mich doch nicht! Okay, der ist da drin. Jetzt kommt er um die Ecke. Er wird erschossen. Ich hab' mich geopfert fürs Team! Ich bin gespürt! 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 Ja, ich bin gespürt! Ich bin gespürt! Ich bin gespürt! Oh, ich muss das Ziel befehlen. Das wäre schlauer. Erobern wir das Ziel! Gibt's auch die Punkte dafür? Wir müssen das Ziel erobern! Wann das da? Schöner Wurf, aber... Irgendwann ist ja nichts passiert. Nachher, meine. Brannsatz. Ohne zu brennen. Ist auf Watte gelandet. Passiert. Links, rechts vorbei. Allerlei. Aber... Einen Kill habe ich ja schon. Einen Kill? So, dann will ich... Ah. Ah, wie Anton. Wow. Das ist Vogelschatten hier. Voll irritierend. Mein Gott, nee, Alter. Ihr Sniper... Sniper-Kinder nennen man die einfach nur noch. Na ja, auf so einem Mini-Map mit einem Sniper da zu sitzen, das ist so ein Mongo, ne? Kann der denn überlebt haben? Wo ist es los? Wo? Wo hast du erst der Hilfe brauchst? Boah. 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 Da kommst du nie hin. Du kannst ihn nur als anderer Sniper töten. Das finde ich aber fail. Da waren zwei. Ist ja ein Messer, ein Messer, ein Messer, ein Messer, ein Messer und gar nichts passiert. Also wir haben zwei Ziele. Also dann. Achtung, wir verlieren die Data. Wir haben die Kontrolle über Zielpärter verloren. Wir sind jetzt zurücker. Helft dir! Ach, warum hätte das mein Soldat nicht? Sturmangriff! Alles Cheat. Dafür gewinnen wir mal komischerweise, ne? Nein, ich hab daneben geballert. Ich bin viel zu spät. Ich versuch' mit der Karate. Ich bin allein. Ich versuch' mit der Karate! Ich bin allein! Ich bin allein! Ich bin allein! Oh Gott, ernsthaft? Ich wollte jetzt noch einen Airside von dir ballern. Wir haben nur noch acht Tickets. Wir haben alle Tickets. C, C, C muss ich bombardieren. Komm! Wo bist du, wo ist der denn in den Gefecht? Und gekämpft! Zielamt und erobert! Hä? 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 Was macht der denn da? Ist der doof? Oh Scheiße! Kommt ihr wenigstens noch? Können wir sie noch sehen? Sind noch entfernt von unserem Ziel? Da kommt er. Boom, boom! Nein, das andere Team von uns war besser. Da war ich so ne Mühe gegeben. Boom, boom! Ich würde sagen, jetzt die letzte Runde. Wir befinden uns dann in Vernichtung in dieser verfluchten Kirche, ey. Scheiß! Diese vermaledeite Kirche. Dauert noch so lange. Boah, der hat noch mal gute Intention von 6er Latenz. Keine Angst, ich führe uns zum Sieg. The last round. Der Abfluss der Tides of War. Munitions! Putze! Los! Erobern wir das Ziel dort! Los, die ganz gut! Wir haben viel Täter erobert! links rechts vorbei ist so gefährlich und der stellberate ist immer so hoch wir müssen die ziele des feindes einnehmen wenn wir eine chance haben wollen für mich wie neu neun schuss erobern wir das ziel und was ist mit dem anderen ziel c ist noch safe man legt doch nicht jetzt wo ich einen sehe da ist ein einzig vorher manchmal gar nicht so übel ich habe ihn noch gesehen und der kann durch die laterne schießen ich aber nicht hier wird wieder fern des großes schieben fern ist viel er kann doch durch wände schießen es wird auch soldiers dankeschön der edel von dir hinten fiel drauf wieder nur ein experiment weil da war ja ein schnipper der hat das immer schon nicht leicht gemacht gut wo 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 wir sparen bei b a wird eingenommen c muss das nächste ziel werden das war gute arbeit wir haben viel an und erobert sprang ladungen platziert also wieso dann gleich sich das feuer eröffnet langsam wird zu viel wieder für timmy da brauchen wir eine battle 4 5 pause weil das einfach wieder komisch aussieht hat er keine beine das hatte ich heute schon in der sie ist einer rum ohne beine da lag auch ich auf dem boden mit dem rumpf die kathedrale das sind die letzten punkte leute ich hab's geschafft ich hab schon wieder f wieder v gedrückt erledigt die tides of war ist erledigt wir bekommen diesen krassen mega action durch und holen wir uns am ende der folge auch ab hier kommen sie immer alle durch das ist blöde hier kommen jetzt alle von a meine waffen machen ja keinen schaden aber er war tot ne wir sehen alle gar nix nebeln die nebeln alle so viel hier waffennebel ja fliegt schon weit wie kommen sie von da die biggest gefahr schossen war das schön aber jetzt dahin stürmen ist der tod jetzt ist der tod hier alter sind wir alle weg genutzt ein mg-mittelstellung ich hab meine periode ich brauche neue obis wir gewinnen scheinbar schon wieder alles aber schwer einzunehmen wahrhaftig oder schade stimmt ja mp ist ja viel viel kleiner trotzdem snipen sie gute arbeit die schlacht ist halb gewonnen halb müssen wir ganz gewinnen b wird eingenommen das war der boys schütze kommen sie von da müssen wir aufpassen massieren punkte weil du mit dem spot natürlich öfter an den zusammen wissen an den punkten die dort zwischen den beiden durchgeworfen wir hätten sich werden beide entzündet worden das wärs gewesen so b und a gehört immer noch uns wird krass mäßig ober krass angegriffen da lang mean werden wir es hier nicht laufen hier das kann doch nicht wahr sein läutet doch die glocke weißt du soldaten wir haben ziel anton verloren anton und bravo fünf sekunden alter das ist als ob ich als ob ich irgendwie kinder erschossen hätte als strafe ist verteidigt das ziel soldaten ich habe gar nicht gesehen nur ehrlich waren doch mehrere wo kam der denn plötzlich jetzt her mal ohne witz wo kam der her da war kein mensch da laufen sie alle wege jedes weg jeder weg führt jetzt zum ziel aber ich muss das wagen warum die immer wechseln ich tue gar nichts egal ist der eingang ungefähr einen oder anderen werde ich treffen die von a nach b renn hallo wo seid ihr leider 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 einfach noch mehr wummsin blöde barrikade blöde barrikade oh sorry ich habe jemanden liegen lassen wie hat sich das schon wieder bei dem die grünen gewesen vorwärts erobert das ziel doch gerade die tante 5 zu 8 und ich hau da wieder 200 kugel in der rein echt rückig aber es sieht sehr sehr siegreich aus teilzauber aufgabe gelöst plus noch mal ein rang ab er erobert das ziel doch ich bin erledigt ich habe spritze gekriegt ich hatte spritzen jetzt kommt eine granate durchhalten verteidigt das ziel dort aber für die punkte vielleicht braucht ja eine augenwinkel habe ich nur gesehen aber es war chancenlos mein freund mein letzter tod war trotzdem dein deine niederlage eine stunde sechs minuten der himmel herrkurs das ist ein spezifikal wir haben auch schon halb sechs acht du scheiße ich muss auflegen äh aufhören heute hast du mich gefesselt man hat es gemerkt glaube ich bäm spezialauftrag noch mal richtig was geleistet hier echt gut so da gehört das ding uns dann holen wir das jetzt ab nach fünf jahre laden mit da ist er unser neuer durch na ein bisschen zeit investieren muss man da schon damit man das alles hinbekommen und dann was das stück von einem will du 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 Musik ist ende zweischneidig und tödig fs weil die das nicht aussprechen konnten wahrscheinlich so herrlich da ist der dolch die dolch und wir haben für das rufende jemand gekriegt sehr schön dann sage ich danke fürs zusehen bis zur nächsten folge bis dann